Direkt nach Spa geht es in Monza weiter und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Italien Grand Prix. Die Streckendetails Am 8. September beginnt die 69. Ausgabe des Italien Grand Prix in Monza. Abgesehen vom Jahr 1980 fand der große Preis von Italien immer in Monza statt. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 11 Kurven, 4 Linkskurven und 7 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 380 Meter. Auf der gesamten Rennstrecke fährt man 4x im 8. Gang. Insgesamt 46 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 2438 im Rennen. Die Boxengasse hat eine Länge von 422 Metern und dort wird höchstens 80 kmh gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety Car Phase liegt bei 40%, der Vollgasanteil liegt bei 83%. In den bisher 68 Ausgaben des Italien Grand Prix in Monza gewann 24x der Polsetter, was einer Quote von 35,3% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als Mittel angegeben und der Reifenverschleiß als niedrig. Gefahren wird 53 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrendistanz von 306,720 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 5793 Meter. Das DRS darf zweimal pro Runde verwendet werden und zwar auf der Startzielgeraden und zwischen den Kurven 7 und 8. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Supersoft-Soft-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Sergio Perez mit 362,5 kmh. Die schnellste Rennrunde ging an Lewis Hamilton mit einer 1,22,497, gefahren in Runde 30. Die Führungsrunden könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. Schnellster Boxenstopp war der von Lewis Hamilton, seine Zeit war eine 23,728 in Runde 28, seine Standzeit war eine 2,31. Die schnellste Standzeit schaffte die Crew von Kimi Raykönnen mit einer 2,20 in Runde 20. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei über 240 kmh. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1,21,046, gefahren von Rubens Barrichello aus dem Jahre 2004 mit seinem Ferrari F2004. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Kimi Raykönnen 2018 mit einer 1,19,1,19 mit seinem Ferrari SF71H. In Monza werden die Mischungen C1 der harte Reifen, C2 der Medium und C3 der softer Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Supersoft, Soft und Medium gefahren. Wichtiges zum Setup. Die besten Siegchancen hat der mit dem stärksten Motor. Wichtig ist aber auch ein gutes Chassis. Die Bremsen werden auf dem Kurs gefordert und Bremsscheibenplatzer sind in Monza keine Seltenheit. Schwierige Kurven. Kurven 1 und 2. Hier kommt der Fahrer mit 350 kmh angeschossen und muss auf etwa 80 kmh abbremsen. Hierbei werden die Curbs aber hart überfahren und die Traktion spielt beim Ausgang auch eine entscheidende Rolle. Kurven 4 und 5. Nahezu das gleiche Szenario wie eben erwähnt. Kurve 7. Am Ausgang der Kurve nicht zu weit nach außen kommen, sonst droht ein Kiesbett-Ausritt. Kurven 8 bis 10. Bei der Einfahrt werden die Curbs überfahren und beim Ausgang der Kurve 10 wird viel Schwung Richtung Parabolika mitgenommen. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse. 1978 kam es nach dem Start zu einem Crash, wobei Lotus-Pilot Ronny Peterson in die Leitplanken geschleudert wurde und daraufhin sein Wagen in Flammen aufging. Er wurde in der Nacht zum darauffolgenden Montag operiert, aber durch Komplikationen fiel er ins Koma und starb anschließend. 1993 kam es zu einem Überschlag von Christian Fittipaldi, als er auf der Startzielgeraden per Luigi Martini überholen wollte und gegen dessen Hinterrad fuhr. 2008 kam es zu einer Seltenheit. Tororosso-Pilot Sebastian Vettel fuhr im STR3 überraschend im Regen auf die Pole Position und tags darauf holte er mit 21 Jahren und 73 Tagen seinen ersten Rennsieg. 2018 kam es zu einem Überschlag von Marcus Ericsson, Ende der Startzielgeraden, weil sie ein DRS sich nicht mehr schloss. Die bisherigen Sieger des Italien Grand Prix. Aufgrund der zu langen Liste befindet sich der Link für die Liste der jeweiligen Sieger in Italien ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.